Die Weisheit der Blätter. Könnte eigentlich die Rothheit der Blätter heißen, aber na gut, mach mal die Weisheit. Du hast so ein Blatt. Leider mit. Und du auch. Nein, nicht alle, aber fünf. Fünf brauche ich. Oh oh. Ich habe jetzt keine Zeit für. Oh 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 oh. wie nur ein blatt sprang nur über gräbelein und fand kein einzig blättelein so So. Jetzt haben wir alle Blätter. Letztlich klappt das mit denen. Klapp 5 Blätter.